Hamburg, sie ließ uns als Königin mit Dörfer im T-Raum-Schiffse-Preist-Tränen lachen, und zerlegte als Katja Schellen Wir sind das Volk sowie Al-Mashad in des Adel und die Doppelmoral der DDR. Dass Anja Kling, 47, eine unserer vielseitigsten Schauspielerinnen ist, zeigt jetzt auch ihr dritter Tatort-Auftritt. Denn darin liefert sie eine perfekte Kopie der xa.f.de. Vorsitzenden Frauke Petry, 41, ab. Hier unsere Kritik zum Tatort, Dunkle Zeit mit Wotan Wilke-Möhring und Franziska Weiß nachlesen. Sie heißt zwar Nina Schramm und ist Vorsitzende der fiktiven rechtspopulistischen Partei Neue Patrioten, aber spätestens um 20.36 Uhr wird am Sonntag niemand daran zweifeln, wer das Vorbild für diese Rolle ist. Denn da wird ihre Filmpartei als rechtspopulistische Bewegung, die aus Europaskeptikern und Professoren hervorgehen, beschrieben. Wie die AfD. Sie zieht erst in Europarlament und Landtag, dann in den Bundestag ein. Wie die AfD. Die Vorsitzende trägt meistens weiße, offene Bluse zum blauen Jacket. Wie Petry. Sie führt die Partei gemeinsam mit ihrem Mann, wie Petry mit Markus Pretzel. Außerdem ist sie Landtagsabgeordnete. Wie Petry. Anja Kling wird im Tatort zum Petry-Double. Nur deren AfD-Ausstieg und die Neugründung der Blauen konnte der Tatort schwer berücksichtigen. Die Dreharbeiten waren im Juni abgeschlossen, also weit vor der Bundestagswahl, erklärt Anja Kling. An Aktualität habe das Thema trotzdem kaum eingebüßt, findet sie. Deshalb machte ihr das Drehbuch auch Angst, als ich für die Rolle der Vorsitzenden einer rechten Partei angesprochen wurde, hatte ich einige Ängste und Bedenken, dieser Rolle nicht gerecht werden zu können. Sie befürchtete auch, am Montag nach dem Film für diese Rolle gehasst zu werden. Ich hatte befürchtet, viele Zuschauer zu enttäuschen, ja gegen mich persönlich einzustellen. Regie Söniki Stein aber habe ihr diese Ängste peu à peu genommen. Sie hat sich zum Sprachrohr derjenigen gemacht, die Fragen von den Regierenden nicht beantwortet bekommen. Danach sei sie aber von den ganz rechten Machtbessnen missbraucht worden. Es gibt eine Reihe von Parallelen zwischen Wirklichkeit und Fiktion, gibt NDR-Fernsehfilm-Chef Christian Granderath zu. Das mächtige Beben des Rechtspopulismus findet nun einen Wiederhall am Sonntagabend um Viertel nach Acht. Das sei ein Experiment, das Anja Kling und Regie Söniki Stein beeindruckend gemeistert hätten. Kein Widerspruch. Weitere Seitenheb in Richtung AfD vom ARD-Mann, wir wünschen gute Unterhaltung, auch wenn sich die Gespenster vermutlich nicht so bald wieder verkriechen.